Hallo liebe Vorgänger, schön, dass ihr vorbeischaut und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Strategic Command. Wir spielen eine Multiplayer-Partie gegen Duteman. Falls ihr wissen wollt, was Duteman so im Schilde führt, dann schaut doch gerne bei ihm vorbei. Er veröffentlicht seine Videos ebenso. Ihr findet entsprechende Links in dieser Videobeschreibung, aber auch auf meiner Kanalseite. Ja, die letzte Folge war doch noch ganz erfolgreich. Wir konnten unsere Truppentransporter auf die Transferfelder in Richtung Rotes Meer ziehen und dürften damit unsere Einheiten unbemerkt vor dem Gegner nach Ägypten verlegt haben. Insofern erwarte ich eigentlich in dieser Runde doch eher weniger Aktionen. Es wird eher unspektakulär sein. Aber gut, schauen wir mal, ob die Wiederholung meiner Annahmen bestätigt. Ja, wir sehen Posen im Zentrum der Karte. Duteman wird seine Einheiten jetzt weiter in Richtung Westen werfen an die französische Grenze. Und es ist zugeschneit in Europa. Und die Erholung ist schon abgeschlossen. Wie gesagt, relativ unspektakulär. Die, was kriegen wir an Informationen? Frankreich und die UDSSR verstärken ihre Produktion. Deutsche Fallschirmjäger werden bei Hamburg aufgestellt. Pios haben eine Festung fertiggestellt. Und wir haben 13 MPP versenkt. Sehr schön. Und wie gesagt, unsere Transporte und auch der Leichte Kreuzer treffen im Roten Meer ein. Sehr schön. Entscheidung. Britisches Kriegsministerium. Der polnische Exilministerpräsident Wladyslaw Sikorski möchte das erste polnische Chor bilden, um gegen das deutsche Reich zu kämpfen. Das Oberkommando bittet uns, 50 MPP verteilt auf zwei Runden mit je 25 MPP pro Runde auszugeben, um dieses neue polnische Chor zu bilden und auszubilden. Das mit halber Stärke in der Nähe von London aufgestellt würde. Soll das erste polnische Chor gebildet werden? Ja, das ist keine Frage. Das möchten wir sehr gerne. In England wurde das erste polnische Chor gebildet. Winston Churchill inspiziert die Truppen. Und da erscheint es auch in Oxford. Ja, und es gibt Verstärkungen, zwei Zerstörer und mit den Franzosen bekommen wir auch weitere Schiffe. Ein Zerstörer in Casablanca und ein Schlachtschiff in Brest. Sehr schön. Gut, die Einheiten werden wir gleich in Ruhe positionieren. Ja, und tatsächlich sehen wir an der Westfront nicht viel. Er hat seine Einheiten immer noch nicht verstärkt und auch noch nicht abgegradet. Er steht hier seit einiger Zeit in der zweiten Reihe. Ja, aber mehr gibt es tatsächlich auch nicht zu beobachten. Gut, sehen wir sonst noch irgendwas auf der Karte? Es tauchen keine Fragezeichen auf, die ja gegnerische Schiffe andeuten würden. Und insofern ist tatsächlich nicht viel passiert. Gut, ich mache mir wie immer so meine Gedanken. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, und weiter geht's. Wir beginnen wie gewohnt mit den Vereinigten Staaten, nur um erneut festzustellen, dass wir hier nichts investieren können. Beziehungsweise wir haben zwar 150 MPP zusammen und dafür könnte man sich die Spionage und Aufklärungstechnologie erlauben. Allerdings wird es jetzt in den nächsten zwei, drei Runden noch mal Einflüsse auf das Einkommen der Vereinigten Staaten geben. Sowohl positive als auch negative Einflüsse. Und da ich die Auswirkungen noch nicht vorhersehen kann, werden wir an dieser Stelle doch mal unsere MPP mit den Vereinigten Staaten sparen. Ja, die Truppen können sich auch nicht bewegen. Das passt soweit. Ja, und wir haben Halifax befestigt. Es liegt ein Zerstörer sehr schön im Hafen von Halifax. Sollte es noch mal zu einem Blockadeversuch kommen und sollten dann U-Boote dafür verwendet werden, so könnte der Zerstörer eben diese U-Boote wiederum sehr schön vertreiben, so wie wir das in der Vergangenheit auch gemacht haben. Und wir haben noch ein Schlachtkreuzer in der Hinterhand. Sollte dann doch nochmal eine schwere Überwassereinheit der Deutschen auftauchen. Könnte ja ebenfalls aktiv werden, so dass ich glaube, dass wir eigentlich unsere Position hier im Bereich Halifax gut konsolidiert haben. Wir fliegen mit dem Jäger nochmal einen Aufklärungsflug, entdecken aber erwartungsgemäß nichts und werden auch mal mit dem Zerstörer ein wenig Seegebiets scouten. Fahren mal hier die Küste entlang, einfach nur um zu sehen, ob wir irgendwo etwas aufdecken. Nein, das ist nicht der Fall. Insofern haben wir das Seegebiet vor Halifax auch erstmal sicher in unserer Hand. Dann springen wir als nächstes in die Sowjetunion und haben leider nicht genügend MPP, um die nächste Technologie zu investieren, aber das können wir dann in der nächsten Folge tun. Aber unsere Pios sind fertig geworden. Sie bewegen sich ein Feld in Richtung Süden und werden natürlich gleich weiter befestigen. Und zwar diesmal drei Seiten. Wir drehen das Ganze noch ein wenig. Ja, so passt das. Und wir bauen unsere Befestigung aus. Sehr schön. Dann gibt es noch ein paar abschließende Bewegungen. Auch die Garnision kommt gut hinterher. Und aus dem Süden nähern sich ebenfalls zwei Garnisionen Leningrad im Norden. Aber sie werden an Leningrad vorbeiziehen und weiter in Richtung Murmans marschieren. Hier oben stehen wir gut. Richtung Süden passt das auch soweit alles. Da gibt es keine offenen Punkte mehr. Ja, hier müssen wir uns noch ein bisschen bewegen, dass wir also die Städte, die Flussübergänge unter Kontrolle bekommen. Ja, und somit haben wir auch unsere endgültigen Positionen erreicht. Das sieht gut aus. Im Moment ist Kiew noch frei, falls ihr euch wundern solltet. Aber wir gewinnen auf jeden Fall noch eine Armee im Laufe des Jahres 1940 hinzu. Die wird dann auch nach Kiew gehen. Ja, und dann sind wir mit den Sowjets auch soweit durch. Und wir springen nach Frankreich und werden unsere Verstärkungsrunde zu Ende bringen. Wir haben hier nur einen Punkt. Hier gibt es auch nur einen Punkt drauf. Das Korps. Ja, die Reihe sieht gut aus. Paris natürlich auch. Unsere zweite Reihe hinter der Maginot-Linie. Und auch im Süden die beiden Korps, die Richtung Italien halten sollen. Ja, und es verbleibt ein Rest von 36 MPP und die geben wir jetzt auch einmal für die Armee aus. In diesem Falle gönnen wir uns auch gleich zwei Punkte. So. Und somit sind die Franzosen herunter auf 0 und das passt auch soweit. Weitere Bewegungen sind an dieser Stelle erstmal nicht möglich und notwendig. Gleiches gilt auch für den Bereich Marokko, Algerien. Und dann haben wir ja noch unser einsames Korps, was unsere Angriffsbemühungen in Richtung, ach, da bin ich, in Richtung Libyen unterstützen wird. Auch das wird sich weiter erholen. Hier gibt es ebenfalls nichts zu tun. Ja, und dann sind wir mit den Franzosen soweit durch. Und ich mache mir als nächstes einmal Gedanken zu den Briten. Wir sehen uns gleich wieder. Gut, dann geben wir jetzt als erstes einmal Geld aus. Und wir kaufen uns ein weiteres Korps mit den Briten. Ohne Upgrades. Das kaufen wir einfach so blank. Das kommt am 19. April auf das Spielfeld. Und ist nochmal eine schöne Verstärkung. Ja, und in dem Zuge werden wir dann auch unsere neuen Einheiten positionieren. Einmal kommt ein Zerstörer nach Glasgow. Einer nach Ambrose. Und wir bringen auch die französischen Einheiten aufs Spielfeld. Casablanca und Brest. So, dann geben wir weiter Geld aus. Und zwar graden wir den Stuka ab. Der kann nämlich die Marinewaffen bekommen. Und das ist, glaube ich, ein recht günstiges und sinnvolles Upgrade für uns. Insbesondere, wenn man an seine zukünftige Verwendung im Mittelmeer denkt. Mittelmeer ist das Stichwort. Wir springen in Richtung Ägypten. Verstärken auch hier unsere beiden bereits vorhandenen Einheiten auf die maximale Punktzahl. Und sind somit auf 87 MPP herunter. Und wir, gucke gerade auf meine Notizen, und wir springen zurück nach Großbritannien. Es ist so, dass man eine gewisse Anzahl, also mindestens zwei Einheiten, der Briten in Frankreich stationiert haben sollte. Damit nicht per Event die französische Kriegsbereitschaft oder, sagen wir mal, die französische Moral während des Angriffs der Deutschen sinkt. Und auch dafür wollen wir Sorge tragen. Und wir verlegen einmal gleich eine Garnision, die erste Garnision in diese Richtung. Wir scouten aber ein wenig den Seeweg frei. Hier sehen wir nichts. Verwenden auch nochmal den strategischen Bomber in Richtung Irische See. Einfach prophylaktisch. Zur Beruhigung des Gewissens. Und schauen auch nochmal in Richtung Cuxhaven, ob wir da was erkennen können. Nein. Das sieht gut aus. Dann verladen wir unsere Einheit auf einen Transporter und geben 13 MPP aus. Und es bleiben 74 über. Und der Transporter erreicht problemlos Le Havre. Da fahren wir dann auch hin. Schön durch den Fog of War, aber ich glaube nicht, dass sich hier gegnerische Einheiten befinden. Und wir ziehen auch schon mal ein Feld weiter. Und haben damit unsere erste von zwei Einheiten nach Frankreich gebracht. Das Chor bewegen wir nördlich von London. Dann werden wir in der nächsten Runde nochmal die Einheiten austauschen. Und die Garnison, die jetzt London verteidigt, wird ebenfalls nach Frankreich verlegt werden. Und somit dann unsere zweite Einheit ausmachen, die wir eben brauchen, um irgendwelche Mali für die Franzosen zu verhindern. Gut. Was haben wir noch? Unser U-Boot. Es hat ja mittlerweile schon ganz erfolgreich viele MPP der Deutschen versenkt. Allerdings ist die Versorgung herunter auf vier. Und ich denke mal, es ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um unsere Einheit ins Kaper Flow einmal aufzutanken. Das werden wir in dieser Runde auch machen. So, dann habe ich an dieser Stelle nichts vergessen. Wir springen jetzt in Richtung Ägypten. Scouten mal mit dem leichten Kreuzer, ob der Seeweg in Richtung Alexandria frei ist. Ich erwarte nicht wirklich, dass sich hier italienische oder deutsche Schiffe befinden. Aber man geht ja doch auf Nummer sicher. Ziehen Alexandria frei. Und bewegen als allererstes unsere Armee in den Hafen. Landen an und marschieren auch noch weiter. Hier haben wir das nächste Chor. Sehr schön. Das zweite Chor kommt hinterher. Und unser Hauptquartier darf nicht vergessen werden. Auch das landen wir natürlich in Alexandria an. Und somit haben wir doch eine substanzielle Verstärkung nach Ägypten gebracht. Damit bin ich recht zufrieden und darüber bin ich ganz glücklich. Und ich glaube, dass wir unentdeckt geblieben sind. Wir verlegen unsere Schiffe noch ein wenig in die Häfen, wo sie sicherer liegen. Und es wird wieder gepackt und gespeichert. Aber dann sind wir auch in Ägypten soweit durch. Und ja, können uns Gedanken zu den verbleibenden Marinebewegungen machen. Da gibt es ja doch noch einiges zu tun. Ich denke, das schaue ich mir in Ruhe an. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, wir springen doch nochmal in Richtung Ägypten. All dieweil ich unsere beiden Marineeinheiten, den Flugzeugträger und auch das Schlachtschiff, doch schon mal etwas näher in Richtung Suezkanal verlegen möchte. Gut. Dann haben wir ein französisches U-Boot in der Adria. Ich möchte mich gerne jetzt aus der Adria auch wieder herausmogeln. Ohne dass wir unterwegs gestoppt werden, idealerweise. Und ziemlich ins zentrale Mittelmeer verlegen. Ich denke, hier ist doch wirklich eine gute Position. Ja, dann haben wir das U-Boot bewegt. Die beiden das U-Boot. Dann geht es weiter in Richtung westliches Mittelmeer. Wir fahren mit dem britischen U-Boot auch mal weiter in Richtung östliches Mittelmeer. Einfach um auch ein Stückchen Wegstrecke nochmal für unsere Flugzeugträger zu scouten. Und sehen, der Seeweg ist soweit frei. Wir bringen den Zerstörer hinterher. Ja. Hier befinden sich keine gegnerischen Einheiten. Ich werde doch nochmal ein Stückchen in die Richtung scouten, weil es mich tatsächlich interessiert. Nein. Hier ist auch nichts. Dann kommen wir direkt in diese schöne Position vor den beiden maltesischen Häfen zum Stehen. Ein schwerer Kreuzer wird auch mal den Seeweg weiter scouten, um einfach zu verhindern, dass hier irgendwo italienische Einheiten sind. Nein, hier sind keine. Das passt. Und dann können wir unsere Flugzeugträger verlegen. Wir zoomen mal ein bisschen raus, um ihren Seeweg wirklich nachverfolgen zu können. Ne, das gefällt mir nicht. Dann setzen wir hier mal eine Wegmarke hin. Und dann fahren wir von hier hinten herum rein. Ja, und ich überprüfe gerade nochmal die Route. Das ist alles gescouteter Weg. Das passt. Dann bringen wir den ersten Flugzeugträger hier hin. Und dann auch den zweiten Flugzeugträger. Auch hier überprüfe ich nochmal den Weg. Das sieht auch gut aus. Ja, dann kann er losfahren. Ja, und da sind wir wohl behalten im Alter angekommen. Das passt. Wir brauchen die Flugzeugträger hinterher sowieso auf unserer rechten Seite, also im östlichen Mittelmeer, sodass wir dann drei Flugzeugträger im Verband operieren lassen können. Gut. Ja, ich muss gerade doch mal, Entschuldigung, ich muss kurz nochmal eine Pause einlegen. Und weiter geht's. Wir verlegen unseren schweren Kreuzer an die Spitze des Verbandes, sodass er dann auch als erstes nach vorne fahren kann. Den bewegen wir in den Hafen von Algerien rein. Das habe ich eben noch vergessen. Ich hatte ihn rausgezogen, um noch ein weiteres Feld zu scouten. Ja, dann ziehen wir den schweren Kreuzer der Franzosen ebenfalls in Richtung Gibraltar und kommen hoffentlich wohlbehalten an. Und laufen auch in den Hafen ein, das passt. Der polnische Zerstörer wird ebenfalls nachgezogen, soll auch in den Hafen hinein. Und kommt auch hier wohlbehalten an. Ja, man hat ja immer so ein bisschen Sorge, dass man plötzlich auf ein deutsches U-Boot stößt. Wo kommt das bloß her, diese Sorge? Ja. Und dann haben wir noch zwei leichte Kreuzer. Die hatten wir ja vor ein, zwei Runden von dem Konvoiüberfall auf die Norwegenroute abgezogen. Ganz einfach, weil ich sie bereitstellen wollte, um den Seeweg für das französische Schlachtschiff zu scouten. Das war nämlich eine wichtigere Aufgabe, als jetzt die Konvoi-Route weiter zu behaken. Und wir fahren mit dieser Einheit einmal in Richtung Lissabon und hoffen, dass wir mit ihr auch gut ankommen. Ja, hervorragend. Gut. Ja, habe ich was vergessen? Nein, hier sind wir bewegt. Da, da, da. Ja, vergessen. Was heißt vergessen? Aufgehoben habe ich mir diese letzten fünf Einheiten. Denn die sollen auch in Richtung Rotes Meer verlegt werden über die Transferfelder. Wir bringen das Schlachtschiff einmal in einen entsprechenden... Och. Siehe an. Ein deutsches U-Boot bewacht die Transferfelder. Das ist doch mal eine spannende Erkenntnis. Und es, welches U-Boot ist es? U-32. Okay. Also dann haben wir wirklich richtig viel Glück gehabt, dass wir mit unseren Schiffen hier in der letzten Runde unbemerkt die Transferfelder genutzt haben. Und es ist völlig ärgerlich, dass wir schon wieder mit einem U-Boot, äh, mit einem Schlachtschiff hier reinbaseln. Das sind alles Einheiten, die wollte ich wirklich verwenden. Wo ziehen wir uns hin? Wir sind jetzt verborgen. Dann bewegen wir uns mal einfach in die Richtung hier unten hin, in der Hoffnung, dass uns das U-Boot nicht wieder aufdeckt. Ja, eigentlich wollte ich mit diesen Marineeinheiten auch das Transferfeld benutzen. Aber wenn das blockiert und bewacht wird, dann bewegen wir uns mit den Einheiten schlicht und ergreifend weiter in Richtung Gibraltar. Und stoßen hier auf keinen Gegner. Ziehen die Einheit hinterher. Holen den Schlachtkreuzer hinterher. Und auch den französischen Zerstörer. Den lassen wir mal so ein bisschen im Hintergrund stehen, ja. Gut, warum habe ich jetzt unsere Einheiten nicht in Richtung des U-Bootes gezogen? Ähm, weil es zu einer ganz heftigen Seeschlacht im Mittelmeer kommen soll. Und ich möchte dort wirklich alles zum Einsatz bringen, was uns irgendwie zur Verfügung steht. Hm? Ja, also das ist ja wieder extrem ärgerlich, dass wir da mitten reingebaselt sind. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass da unten welchen U-Boot steht und das Dupe-Man also diese Position bewacht und scoutet. Und damit verlieren wir das nächste französische Schlachtschiff. Welches ist es denn? Die Paris verlieren wir. Das sind natürlich mittlerweile drei Schlachtschiffe, die extrem wertvoll im Kampf im Mittelmeer gewesen wären gegen die Italiener. Sehr, sehr ärgerlich. Das tut jetzt wirklich weh. Zumindest mal auf einer taktischen Ebene. Ja, und die Tatsache, dass wir letzte Runde hier ohne entdeckt zu werden hier uns verkrümeln konnten. Da haben wir mehr Glück als Verstand gehabt. Gut, tja, dann gab es doch noch zum Ende der Folge den letzten Bewegungen eine Überraschung. Gut, ich habe immer so das Gefühl, oh, habe ich noch was vergessen? Aber nein, das sieht alles gut aus. Wir haben alle Einheiten bewegt und wenn wir was vergessen haben, dann ist es jetzt so. Wir drücken auf den roten Knopf. Gut, es gibt MPP 248 für Großbritannien, 127 für Frankreich, 52 für die USA und 46 für die UdSSR. Ja, das sieht gut aus. Ja, und ansonsten schauen wir mal, was in den nächsten Runden kommt. Hm, allmählich steigt die Spannung. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Papa Bär. Wir sehen uns beim nächsten Mal.